Hey Leute, wie geht's euch? Mein Name ist Sound of a Gap und das ist Monster on the World. Und auch heute mal wieder mit dabei meine Schwester. Genau, und wir werden hier in dem ersten Video uns erstmal mit Theostra beschäftigen, natürlich tempered. Und im zweiten geht's dann weiter mit Pukei. Ja, aber sowas ähnliches habe ich ja schon mal gesehen, Kohle. Ich aber noch nicht. Ich dachte erst, naja, ist ja irgendwo in der Tasche drin, weißt du? Ich habe nicht gecheckt, dass das seine Unterhose ist und den habe ich erst beim zweiten Mal gesehen. Gut, der ist Jägerrang 88 und mal schauen, wie der sich so macht. Ja. Oh, schweres Bogebeer. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich wieder mein eigenes Essen machen kann. Und wieder mit meinen eigenen Waffen kämpfen kann. Ja, aber ich glaube, das wird richtig cool. Also wenn ein Nagakuga noch nicht machen wird, ist das nicht so schlimm. Aber der ist richtig, der ist einfach richtig cool. Der sieht richtig gut gemacht aus. Also es haben sich ja alle auf den Tigrex gefreut, ne? Ich finde aber, dass Nagakuga viel, viel, viel cooler ist. Mhm. Also den Schrei von ihm. Mhm. Okay. Das kann ich gar nicht beschreiben. Das ist richtig cool. Richtig cool. Ach, ich bin mitten im Feuer. Äh, du, ich bin so bei deiner, ich bin so bei deiner Stelle, ja. So kannst du dir vorstellen, war es bei, ähm, in der alten Monster-Partei. Wenn nicht noch schlimmer. Hm. Ja, ja, ich bin da. Gut. Wo ist denn der andere? Ja, das frage ich mich auch. Vielleicht bin ich komplett alleine. Und ganz ehrlich, ähm, wenn der andere nicht mitmachen sollte, ist es dir überlassen, ob du ihn rausschmeißt am Ende. Ja, aber der kommt grad zu. Wieso brem ich? Ach ja, ich weiß warum. Hahaha. Ausdauer kommt wieder. Äh. Ich bin drauf. Weiß. Hä? Wieso bin ich jetzt runtergefallen? Ich hatte auch noch volle Ausdauer. Ja. Ey, das ist wirklich komisch. Das ist mir aber schon ein paar Mal passiert. Shit. Oh, Ravens. Jesus. Shit. Weißt du, warum der mich grad getroffen hat? Weil ich versucht hab, den Raven zu geben. Äh. Irgendwie ist Raven ein bisschen... Raven, ja. Der ist komisch, ja. Der hat anscheinend keine 200 HP, ganz ehrlich. Ähm. Naja gut, 200 muss man gar nicht zwingend haben, aber... Oh, 150 wäre wenigstens schön. Du bist doch gar nicht ganz so lange dabei. Ja. Oh, ich hatte schon die Fade genommen. Shit. Okay, das ging doch. Das war nicht so schlimm. Haha. Ja genau, nach dem, den... Ja. Macht voll Sinn. War richtig schlechtes Time, grad. Ja. Wer denn dein... Was tut's mit dem? Nee, du hast das Horn. Ja, was tut's mit dem? Ja. Ich hab's mit dem. Der andere hat ja... ne... fast gut. Au. Die... 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 sehr schön ich hab dich einen blöden ach hier ist es ja ich hab ja extra den banditenmantel angezogen weil ich doch kein geld habe ach so das hab ich getroffen über mich soll ich mal um groß sagen echt jetzt ein ansprung wird ward und er stoppt da durch ach komm schon ey er ist nicht stehren weil er schon so gut wie tot war ja aber ganz ehrlich das kann doch nicht sein haumann dann ich hab extra genau an die zung als ich gesehen habe dass er mich angreift hatte ich so ok vorsichtshalber falls er explodiert mach mal Ich habe auch ganz vergessen, den Flash reinzuhösen. Das ist ja kein Monat. Aber das wird ja bei Iceborne... Schlapp, 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 schlapp. Okay. Aber das wird bei Iceborne dann auch besser werden. Wenn du ja ohne Waffe wegstecken, dann blitzen kannst. Oh ja. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt. Macht Heavy-Bogger. Ihr habt ja... Wahrscheinlich wie von... Ja. Ja. Ups. Oh ja. So, Kopf wieder. Nee. Ich um. Jawohl. Falscher Sprung. Wow. Hat mich nicht getroffen. Ich habe einen Schwein gehabt. Riven rennt. Also ich auch, aber... Bei mir ist nicht so wichtig. Das ist so nah weg. Schön. Alter. Alter. Mann, hör mal mit diesen blöden... ...blöden Sträumen. Okay, ja. Dann hab ich ja auch weghauen. Okay, ist was tot? Kann man machen, wenn das Vieh irgendwo ist, wo keiner gerade rankommt. Ja. Sehr schön. Ich bin ja eh gespannt, wie es dann wird mit Iceborne. Bezüglich, weil es ist ja in sich ein DLC, aber ist es eine neue App sozusagen, die man öffnet? Oder ist es in dem Spiel inkludiert dann? Also... Nee, ist neu, würde ich sagen. Okay. Weil es sind ja zwei separat spielbare Spiele. Gut. Hier kommt der Maski. Oh, jetzt wird's richtig heiß. Ich muss die Fans dazu. Hm. Ja. Willkommen! Ich hab grad die Tür zur Terrasse aufgemacht. Die ist sofort ein riesen Hitzeschwell entgegengebt. Ja. Ich hab einen Stromstein. Ja. In der... 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 In der Küche gegen... Aber... Komisch. 300 Koller. Oh, nice. Oh. Thanks, Mann. Oh. Okay. Oh. I'll be righte. Justской. I'll be righte. I'll be righte. Next Datsache. Ehm. Okay. Die Rüstung sieht echt gut aus. Meine? Naja, ist halt eben dreimal Walazag und Beine und Kopf ist Legiana. Ja. So. Oh, sch- Oh, shit. Das hab ich nicht. Oh, ich bin jetzt oberen Ecken ab. Ja. Also, ich geh jetzt mal raus. Wenn du da mal da drüben kämpfe willst. Hm. Ich los in 3, ja. Okay. Okay. Ich bin jetzt in 3, ja. Okay, okay. Nee, die falsche Stelle. Ich muss gerade parallel mal gucken. Hä, er schläft. Schläft, schläft. Nein, noch nicht. Nein, Micha, der kann halten. Muss ich nicht, weil die meisten schießen sofort los. Was ist denn los, Mr. Bogen? Oder die Wehrlatte. Perfekt. Oh, der ist drauf. Sehr schön. Das ist ein anderer Typ. Au. Dammit. Ich will auch treffen. Nee, zu hoch. Von hier. Ja. Hm. Shit Uh, nicht getroffen Ja, das wusste ich Eins, zwei Fällt er gleich wieder um Perfekt Was soll ich sagen Ich seh auch schon zwei Dinger liegen Der ist fast tot Der kommt zum Störp Der ist auch noch nicht tot Da haben wir ihn Das war ne echt gute Runde Ein Stück Fleisch Oh, hier ist noch Pilz Das scheint wirklich zu funktionieren Ja, manchmal ja Ich bin Hammer Achso, hab ich übrigens erwähnt Ich hab schon 10 Millionen Zenni Ich nähre mich erst mal wieder an die Millionen an Willkommen Willkommen Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich so früh spielen Koller Es ist gerade noch erträglich Also relativ erträglich Ja, ich bin auch ganz froh Ich bin auch ganz froh Stimmt. Bei Theo! Woher kommt denn das Explosionsding für ihn mal? Ach man! Falsche Richtung! Bei der Sonne! Was? Also was ich mich aber frage, ne? Wenn dann wirklich iSpawn eine neue App sozusagen kriegt. Äh... Wie das dann mit der Charakter... Ähm... Integration geht. Ich denke du wirst den gleichen weiter benutzen können, oder? Ja ja, den... Den gleichen weiter, das weiß ich. Aber ich frage mich halt nur, wie die das machen. Ob du den erst hochladen musst, oder ob der automatisch drin ist, oder wie auch immer. Ich gehau'n. Sack. Was? Was? Na, shit. Der hat mich nicht mal getroffen? Was? Aber entweder hab ich mich... Also entweder hab ich mich perfekt gerollt, oder ich war zu flach, das hab ich nicht getroffen. Also zu weit unten. Perfekt, bin drauf. Nein. Ja, ich hab auch schon oft gewartet. Na, ich hab'n gleich. Jetzt. Schöne, wenn vorher wieder hast du ihn positioniert. Genau. Ich bleib' ja auch noch nicht stehen. Ah, er steht noch. Ich muss eh wetzen. Ich muss eh wetzen. Er muss schon ab. Aber wo geht's? Warum? Warum? Vor allem warum? Wir waren anscheinend nicht schnell genug. Ah! Oh! Entschuldigung. Hehehehe. 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 Das will schon, die durchw sheddrehen. Tja, wir sind hier alles schon am Kämpfen. Wieso nehme ich jetzt Schaden, wenn mein Kaltgetränk noch an ist? Das ist ja cool, Mensch. Ja. Hm, jeez, das ist kurz. Fuck. Na ja, ich muss doch an dem blauen. Aber gut. Eiii! Und ich brauch den Schwanz. Da, man. Sehr schön. Ach komm schon. Mendo, du brauchst vor Rennen. Echt mal. So, schnell aufgestanden. Oh, ich hab kein Kalk getränkt mehr. Ich muss mal schnell was trinken. Ach komm schon. Was? Ich hab mein ganzes Geld. Schmal. Ich will Geld passen hier. Ehrlich, das war ne ganz normale Feuerwelle. Was ist denn das, ey? Das zieht doch fast nix ab. Eigentlich, dadurch dass es ja Fernwaffe ist, ist ja auch der Abzug eigentlich nicht so doll. Über den, äh... Also, Elementalstand ist ja weniger bei dir. Au. Oh, oh, ich muss mal wetzen, sehe ich gerade. Huch. Ich bin schon fast rot gewesen. Und nochmal gleich. Warte ab. Oh, der ist auch noch nicht... Hm. Okay, die beiden, die wir jetzt gerade dabei haben, die sind anscheinend nicht so berauschend. Oh, der ist für mir fast tot. Oh, der ist vorbei. Oh, er hat es überlebt. Okay. Okay. Wie geil, Lackers stehen hier. Und schießen, aber treffen... Treffen nicht, weil nicht in der Nähe ist. Ach, doch, ich treffe. Ach, doch, doch. Durch den Boden. Also, ich seh's mir ne Fresse. Ja, ja. Man, jetzt... Hab doch mal stehen, Theo. Kann ich sehen. Kann ich sehen. Kann ich sehen, woher sind. Nein. Meine Kältegetränke auch ab. Hm. Ist er fast tot? Was? Okay. Na dann... Gehen wir mal voll aufs Ganze. Explodiert. Wie doch nicht. Ich glaube, er will fast explodieren. So wie der... Leuchten ist. Oh, shit. Oh, shit. Weg. Dort. Sehr schön. Sehr schön. Vielleicht... Vielleicht... Oh, kein Stromstein. Elf Minuten. Vor allem war sieben und hat sie mir eine halbe gebraucht. Ich habe einen bekommen. Aber durch den goldenen. Na ja. Dann mache ich mal meine auf. Hi! Ja. Der ist offen. Okay. Run. Kurve ist auch zurück, aber sie ist nicht schlecht drauf. Keine Feuerdekoration. Oh, er sitzt schon hier. Oh. Oh. Kann ich mir ein Geschenk geben oder wird das sauer? Mal gucken. Warte, warte, warte. Sieht da nicht? Sieht da nicht? Ach da. Ich mache kurz erstmal schnell Ohrstöpsel. Warte mal. Der schreit ja als erstes. Ne? Ich habe jetzt echt eine Spinning-Attacke. Ah. Mit dem Horn. Was? Das ist, wenn der losfrennt, dann möchte ich in eine... ...hinterpfoten, was wir halb erwischen. Hm. Shit. Komm mal da runter, lecker. Ja, geht doch. Ho. Ich bin drauf. Guck mal da aus der Ecke raus. Ich will nicht, dass du hier fällst. Komm schon. Ah, okay. Er wird hier runterfallen. Ah, doch nicht. Na. Jawohl. Äh, der Tier sollte sich mal heilen, aber nee, er greift an. Okay. Shit. Ah, was halt. Ach komm schon, wirklich? Ich bin betaumelt. Okay. Eigentlich ist die Energieklinge auch ziemlich cool. Die ist doch nicht schlecht. Das war's schon, das ging ja flott. Cool, nein. Da ist die Energieklinge. Ey, unter 5 Minuten, meine Güte. Super nice. Sehr gut. Ja, Theo ist durch. Dann machen wir jetzt Puke. Und ich hab noch mal einen Stromstein. Ich auch einen. Oh ja, für den Stab, sehr schön. Hm, ich auch. So Leute, das war Theo viermal tempered. Im nächsten Video gehen wir dann weiter und machen dann noch die Puke-Quest zu Ende. Das sind drei Stück total. Jawoll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. All you have. Can I